Ein paar Beispiele zur Kettenregel, machen wir. Kurz zur Wiederholung. Die Kettenregel wird bei verketteten Funktionen angewandt, also Funktionen, bei denen in eine Funktion eine weitere eingesetzt wurde. Die Ableitung solcher Funktionen lautet Ableitung der inneren Funktion mal Ableitung der äußeren Funktion. Wenn euch die Wiederholung zu kurz war, dann schaut euch nochmal unser extra Video zum Thema an. Los geht es mit dem ersten Beispiel. x² plus 2 hoch 3 Schritt Nummer 1. Innere und äußere Ableitung identifizieren. Die äußere Ableitung lautet x hoch 3 und in diese wurde die innere Funktion x hoch 2 plus 2 eingesetzt. Schritt Nummer 2. Nach der Ableitungsregel ableiten. Innere Ableitung, also 2x mal äußere Ableitung. Die äußere Ableitung lautet 3x² und in die dürfen wir dann nicht vergessen, wieder die innere Funktion einzusetzen. Also lautet die Ableitung 2x mal 3 mal x² plus 2 zum Quadrat. Das kann man dann noch kurz vereinfachen und schon ist man fertig. Nächstes Beispiel. Wurzel aus 9x hoch 3 plus 1. Da wurde in die Funktion Wurzel aus x die Funktion 9x hoch 3 plus 1 eingesetzt. Wir leiten wieder zuerst die innere Funktion ab, also 9x hoch 3 plus 1 und nehmen das mit der Ableitung der äußeren Funktion mal. Denkt auch hier dran, die innere Funktion wieder in die äußere einzusetzen. Raus kommt also insgesamt 27x² durch zweimal Wurzel aus 9x hoch 3 plus 1. Letztes Beispiel, Sinus von 12x. Äußere Funktion, Sinus von x. Innere Funktion, 12x. 12x ist abgeleitet 12. Und die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Raus kommt also 12 mal Cosinus von 12x. Nice. Wir hoffen, ihr habt das Ganze anhand der Beispiele ein bisschen besser verstanden. Der häufigste Fehler ist eigentlich, dass in die Ableitung der äußeren Funktion vergessen wird, die innere wieder einzusetzen. Also, immer schön dran denken. Macht's gut Leute.